Hallo Freunde von Techviews. Ich habe mir überlegt, ich nehme euch nochmal in einem Vlog mit. Und zwar haben wir uns heute mit ein paar Kumpels zum Fußballgolf verabredet. Und das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich habe es einmal auf einem Junggesellenabschied gemacht. Es ist wie auf dem Golfplatz, 18 Bahnen, natürlich alles rund um das Thema Fußball, nicht um das Golf. Man schlägt auch nicht mit einem Schläger, sondern man schießt den Ball. Und man muss in einer vorgegebenen Anzahl von Schüssen in ein Loch den Ball schießen. Und ihr könnt euch vorstellen, es gibt verschiedene Hindernisse, die man zu überwinden hat. Und ja, das Ganze ist super lustig und zumindest war es das beim letzten Mal, wird es auch dieses Mal wieder sein. Ich nehme euch mit und schaut euch einfach mal ein paar Impressionen an. Ja, ich würde sagen, jetzt geht es los. Ihr habt es gesehen. Und ich bin mal gespannt, was es wird. Und ich bin mal gespannt, was es ist. Holger, pass auf, die Kamera ist runter. Ach, scheiße, meine Kamera. 13 So, ich bin wieder auf dem Rückweg. Ich bin, ja, Zweiter geworden. Habe mich leider noch verletzt während des Spiels. Musste dann, ja, in Führung liegend leider nur mit dem linken Fuß spielen. Aber auch das hat irgendwie funktioniert. Und ja, wie gesagt, Zweiter geworden. Zufrieden, hat es super Spaß gemacht. Kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwo in der Nähe so eine Fußball-Golfanlage hat. Kostet nicht viel. Wir haben jetzt, glaube ich, 8 oder 9 Euro pro Person bezahlt. 18 Loch, so circa zweieinhalb bis drei Stunden seid ihr unterwegs. Und es ist eine Menge Fun. Von daher, ja, kann ich es nur empfehlen. So, jetzt nehme ich euch mit in die Rheinauer in Bonn. Ein wunderschöner Park, wie man sieht. Und hier nehme ich euch mit für weitere Impressionen mit unserer neuen DJI Phantom 3. Hier werden wir wunderschöne Aufnahmen machen. Und ja, ihr seid dabei. Ein bisschen behind the scene. Und könnt einfach mal so ein bisschen schauen. Musik Mein Plan ist jetzt, sowohl Videos mit der DJI Phantom 3 in Full HD, 1080p mit 50 Bildern pro Sekunde, wie auch in Ultra HD, also in 4K mit 25 Bildern pro Sekunde umzusetzen. Ja, das ist nicht ein erster schöner Spot. Den werden wir jetzt gleich mal versuchen aufzunehmen. Gehen gerade hier über eine Brücke. Da ist mal die andere Seite. Das ist doch mal ein wirklich erster schöner Spot. So, ich nehme euch mal mit zum Start. Musik 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 So, jetzt habt ihr den Rhein auch gesehen und ja, sehr schöne Gegend hier. Ich zeige es euch nochmal, vielleicht kann man es so ein bisschen erkennen, auch mit dem Weitwinkel. Ja, ihr habt mich immer mal wieder gefragt, ob ich nicht mal unseren Hund nochmal ein bisschen ausführlicher zeigen kann. Das will ich jetzt gerade in dem Vlog mal machen. Der kann auch ein paar Tricks, die zeige ich euch gleich im Wald. Musik Ja, und jetzt geht es weiter mit unserem Vlog und zwar nehme ich euch jetzt mit in den Kölner Zoo. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 und ich hoffe euch haben so ein paar, die Impressionen haben euch gefallen, wenn ihr mehr solcher Vlogs haben wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder gebt mir einen Daumen nach oben und ansonsten sehen wir uns in wenigen Tagen mit dem nächsten Video.